Und es ist der Tag, an dem Helmut Hörmann bei uns ist, sauberer Elmar Wallander. Guten Morgen, schön, dass Sie bei uns sind aus Hollabrunn. Konfuzius hat schon gesagt, es ist besser, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu klagen. Ja, bringen wir Licht ins Dunkel, das war ja heute auch schon das Thema. Bringen wir Licht ins Dunkel. Ich überlege gerade, ob bei uns der Feuermelder losgeht. Nein, doch nicht. Zeit ist kostbar, das ist doch das schönste Geschenk. Zeit zum Reden, Zeit zum Zuhören, Zeit zum Lachen und Zeit füreinander. Vielen Dank, danke schön. Sehr gut. Ich wundere mich immer, wo diese Dinge dann herkommen, obwohl ich ganz genau schaue.